Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich habe heute mal ein wirklich exklusives Projekt für euch, also ein neues Projekt, was sich momentan in den Startlöchern befindet und ich finde selber, es ist ein richtig cooles Projekt. Bleibt auf jeden Fall dran, also ich stelle euch das Projekt jetzt vor. Es gibt nämlich hier auch noch was zu gewinnen und der Gewinn ist auch richtig cool, von daher bleibt einfach dran. Ich stelle euch kurz das Projekt vor und danach gehen wir so ein bisschen in das Gewinnspiel rein. Ja, scanit.io ist die Webseite. Scannen und verdienen, schöpfen sie das unbegrenzte Potenzial ihrer Finanzdaten und verwandeln sie ihre aushaltkräftigen Kenntnisse in wertvolle Vorteile. Ja, im Grundprinzip, ich drücke es mal relativ einfach aus, beziehungsweise steht auch im Videotitel drin, Kassenbon fotografieren, also abscannen mit dem Handy und ihr bekommt dafür eine Belohnung in Form von Kryptowährung. So ist im Grundprinzip, also so ist im Grundprinzip relativ einfach und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Also ihr seht hier quasi, hier werden mal die Vorteile aufgelistet, ihre Daten, also große Unternehmen bearbeiten eure Daten, Meta zum Beispiel, also alles was in der Facebook steckt, Google und so weiter. Ihr habt halt eben dadurch keine Vorteile, außer halt eben zielgerichtete Werbung, die ihr dafür bekommt, aber halt eben keine Belohnung, nicht wirklich. Und Eigentum, ihr habt halt eben mit diesem Projekt, mit Scanit.io, habt ihr die Möglichkeit, die volle Kontrolle über euren eigenen Datensamen. Das ist ja gerade heute im Bereich Datenschutz sehr, sehr, sehr wichtig. Ihre Kontrolle, also ihr habt die Möglichkeit in der Scanit App, also die gibt es jetzt aktuell noch nicht, momentan ist eine Warteliste, habt ihr die Möglichkeit eure Datenschutzeinstellung so einzusetzen, also beziehungsweise so zu setzen, wie ihr der Meinung seid, wie ihr das machen wollt. Es gibt ja einige, die lassen ihre Daten komplett raus und ihr habt halt eben die Möglichkeit einzustellen. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich aber auch sein, dass wenn ihr mehr Informationen über euch preisgebt, beziehungsweise über euer Einkaufsverhalten, darum geht es letztendlich, desto mehr Rewards wird es wahrscheinlich auch geben. Ja, alles weitere findet ihr noch in der Dokumentation, beziehungsweise es gibt einen Discord-Kanal dazu, zeige ich euch auch gleich. Ja, von daher, so erstmal im Grundprinzip. Ihre Ausgaben, also ihr habt die Möglichkeit, wie ich es ja eben schon gesagt habe, den Kassenbon letztendlich einzuscannen und ihr habt auch die Möglichkeit, euch da Listen zu erstellen in der App. Das heißt, ihr habt halt eben euer Budget auch im Blick, wenn ihr zum Beispiel jetzt einkaufen wart, wir fahren ja meistens am Wochenende einkaufen in den Supermarkt, einfach Kassenbon einscannen, das ein bisschen Listen hinterlegen, was für ein Budget ist da, danach seht ihr, was Budget habt ihr noch etc. Also so ein bisschen geht es auch in Richtung Finanzverwaltung in der App. Ja, ich meine, jeder macht das auf seine eigene Art und Weise. Ja, ihre Belohnung, ihre Daten, ihre Belohnung. Scannen sie einfach, verdienen sie Token und steigern sie ihre Belohnung mit unserem Quest-System. Das bedeutet, wie ich es eben schon gesagt habe, Kassenbon scannen, einfach nur in der App quasi hochladen, Daten zur Verfügung stellen und schon bekommt ihr eine Token-Belohnung. Und das wird halt eben auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Ich sage es mal so, ich meine, immer mit irgendwas vergleichen ist immer doof. Ist halt eben so in Richtung Payback, sage ich jetzt mal. Ja, kennt ihr auch, viele benutzen von euch wahrscheinlich auch Payback. Ich weiß es halt eben nicht. Und das ist etwas ähnliches, nur halt eben, dass hier die Belohnung in Kryptowährungen erfolgt. Die Kryptowährung wird halt eben später auch in Fiat beziehungsweise an eine andere Währung umtauschbar sein. Ja, ihr Tresor, das ist auch relativ wichtig, finde ich. Ihr könnt die Quittung sicher und digital aufbewahren, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ihr Steuern zahlen müsst oder Garantie oder Umtausch. Das heißt, auch im selbstständigen Bereich, wenn ihr zum Beispiel Freelancer seid, Kleingewerbe habt, irgendwas in der Richtung, könnt ihr damit die Kassenbonks einscannen und dementsprechend später für die Steuer verwenden. Oder halt eben im anderen Fall Garantie und Umtausch. Das heißt, wenn ihr euch meinetwegen in irgendeinem Elektrofachgeschäft, was gekauft hat, das geht kaputt, ihr habt den Kassenbonk verbummelt, da habt ihr den auch nochmal digitaler Form da, die können dann im Kassenjournal gucken, in der Kasse und können halt eben dann Garantie beziehungsweise Umtausch machen. Ich glaube, mittlerweile braucht man auch keinen Kassenbonk mehr von Umtausch, bin mir da aber auch nicht so sicher, bin ja kein Profi, was Einzelhandel angeht. Ja, dein Avatar, noch so ein kleines Gadget, ihr könnt halt eben euch einen eigenen Avatar einstellen, um das ein ganzes bisschen zu personalisieren. Finde ich halt dementsprechend auch immer cool, solche Features nutzen halt eben immer viele. Wir haben gesichert durch Blockchain-Technologie, das heißt, es ist alles in Blockchain gespeichert beziehungsweise hinterlegt. Das seht ihr auch nochmal, Dateneigentum, ihr habt die volle Kontrolle drüber, transparent und sicher. Das ist halt eben auch eine Blockchain-Technologie im Open-Source-Ansatz eigentlich immer. Gut. Ja, wie funktioniert es? Relativ einfach, App herunterladen, gibt es aktuell noch nicht. Also heute ist Samstag, ich mache das Video für Sonntag beziehungsweise Montag. Aktuell gibt es die App noch nicht im Google-Store beziehungsweise im Apple-Store, heißt aber auch, dass es für Android und iOS die App geben wird. Einrasten, damit ist das Einscannen gemeint, das heißt also erfassen Sie Ihre Belege automatisch durch einen einfachen Scan. Das heißt, Bild machen, die App verarbeitet das. Belohnung, ihr kriegt halt eben eine Belohnung dafür, dass ihr den Kassenbank die Daten zur Verfügung stellt und Kontrolle halt eben, habt jederzeit die Möglichkeit, die Kontrolle halt eben einzustellen, was ihr Preis geben wollt und was ihr halt eben nicht Preis geben wollt. Ja, ist halt eben Teil der Revolution und wie gesagt, gewinnen Sie Ihre Daten in die Hoheit zurück. Ja, das ist jetzt so quasi das, grob ausgedrückt. So funktioniert das Ganze. Ich sage es mal relativ einfach, so eine Art Payback-Verfahren letztendlich. Ihr scannt euren Einkauf beziehungsweise euren Kassenbank und kriegt dafür eine Belohnung letztendlich und die Belohnung können halt eben dann auch später das wird ein Token geben von Scanit und der Token kann halt eben wie jeder andere Token auch in andere Fiat beziehungsweise andere Kryptowährungen eingetauscht werden. Das ist quasi die Sicht des Benutzers, also du, ich, wir, ihr, die die App benutzen. Hier ist natürlich auch gleich nochmal der Hinweis auf das Geschäft, weil ihr wisst, jedes Projekt, was braucht auch dementsprechend auch ein Business, und ihr seht ja quasi diejenigen, die die Daten benutzen können. Das heißt, hier auf dieser Seite Business werden quasi eure Daten angeboten. Das wird halt eben wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass halt eben große Unternehmen sich die Kassenbons quasi in Anführungsstrichen einkaufen können und halt eben schauen können, welche Produkte sind momentan angesagt, was verkauft sich gut, was verkauft sich nicht so gut, welche Marken sind denn momentan gerade im Trend, was kauft ihr viel, was kauft ihr wenig, und so weiter und fort. Seht ihr nochmal Wettbewerbsanalyse, Zielgruppenanalyse, Produkteinführung. Die Unternehmen sehen halt eben anhand eurer gescannten Kassenpunkts, was momentan angesagt ist, was nicht angesagt ist, was wird viel gekauft, welche Produkte können verbessert werden, und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird es auch dementsprechend einen Markt geben. Ich bin monoprozentig sicher, dass halt eben viele größere Unternehmen gerade diesen Service in Anspruch nehmen werden. Also nochmal, die Seite ist scannit.io, App wird es demnächst geben, tretet einfach der Waiting List bei, und da geht das Ganze quasi für euch dann los. Ja, ich habe euch ja ein Gewinnspiel versprochen, beziehungsweise wie ihr davon profitieren könnt, und zwar Punkt 1, der einfachste Teil, nicht alle, die jetzt das Video sehen und einen Telegram, na, Telegram, sage ich schon, einen Twitter-Account haben, der Telegram geht es leider nicht, geht hier um Twitter. Wenn ihr ein Ticket gewinnen wollt für die Deepin Revolution 2024, also diese Geschichte hier, was ich auch schon vorgestellt hatte, und es sind ja jetzt mittlerweile, sind auch schon die jeweiligen Airdrops teilweise schon hinterlegt worden, wie zum Beispiel hier bei Ador, gibt es zum Beispiel schon ein NFT, es wird halt eben Preise verlost, hier gibt es zum Beispiel Ambient, haut 10x Hardwaregeräte raus, dann gibt es zum Beispiel hier, es gibt Aqua Points, und so weiter und so fort, das heißt auch Airdrops sind jetzt schon gelaufen, wenn ihr quasi eins von den Tickets bekommen wollt, also wir werden ein bis zwei Tickets verlost, beziehungsweise nicht wir, sondern Scanit selbst, also wird von Scanit zur Verfügung gestellt, ist über diesen von der Deepin Revolution ein Goldsponsor, wenn ihr teilnehmen wollt, also an Deepin Geschichte, dann einfach Scanit folgen, also hier Follow, draufklicken, kostet nichts, tut nicht weh, machen wir auch gleich mal, aber wir nehmen ja im Gewinnspiel nicht teil, und dann halt eben unter diesem Video, also das Video, das ihr jetzt seht als Kommentar, drunter schreiben, ich bin dabei, und dann halt eben euren Namen, den ihr hier dementsprechend bei Twitter habt, beziehungsweise X, es wird dann überprüft, ob ihr tatsächlicherweise den Kanal folgt, und unter allen, die mitmachen, kriegen quasi eins, beziehungsweise zwei Tickets, also es wird jeweils ein Ticket mal zwei verlost, das heißt, ein oder zwei Tickets gehen definitiv raus, das heißt, unter diesem Video jetzt hier einfach nur, ich bin dabei, und dann mit eurem Insta, Twitter-Namen quasi, jetzt komme ich den jetzt auf Insta, keine Ahnung, so viele sozialen Netze hier aktuell, also nochmal, also einfach, scanit folgen, hier auf Follow draufklicken, hier unser Video drunter schreiben, ich bin dabei mit eurem Twitter-Namen, schreibt es einfach drunter, und dann seid ihr mit dabei, kommt in den Lostopf rein, und könnt halt eben ein Ticket für die Deepin Revolution letztendlich gewinnen, ja, aktuell Ticketwert, 197 Dollar, muss ich noch ganz kurz gucken, genau, 197 Dollar, ja, genau, falls ihr euch das nebenbei kaufen wollt, also, falls ihr halt eben sagt, naja, ich möchte so teilnehmen, ihr habt noch die Möglichkeit, mit dem Code Crypto Stars, auch nochmal 50% Rabatt zu kriegen, ist richtig geschrieben, genau, seht ihr hier, ist günstiger, nichtsdestotrotz, 197 Dollar ist halt eben der Wert, könnt ihr gewinnen. Und noch was, also ganz, ganz wichtig, für alle Early Birds, Early Adopter, es gibt auch einen Discord-Kanal dazu, das heißt, wenn ihr hier auf der Scan-In-Seite oben, unterwegs seid, hier kommt er einmal zum Twitter-Kanal, hatte ich euch eben schon gezeigt, wie gesagt, abonnieren, bei uns in den Videokommentaren lassen, ich bin dabei halt eh und dann mit euren Twitter-Namen, es wird dann überprüft, ob ihr tatsächlicherweise folgt und ihr kommt halt eben los, topf rein und wichtiger Punkt ist, für alle, die im Discord beitreten, also ihr findet auch hier oben den Discord-Link, die ersten 1000 Teilnehmer, die quasi im Discord beitreten und ihren Account verifizieren, das ist auch relativ easy, das heißt, ihr geht rein in den Kanal, geht auf Verify now, geht hier auf Verify, klickt hier drauf, müsst einen Capture ausfüllen und schon seid ihr mit dabei, die ersten 1000 Leute, die hier mit teilnehmen, kriegen, ihr seht es hier, ich habe es auch gemacht, kriegen, ähm, die doppelte Anzahl an Punkten, das heißt, die ersten 1000 Leute, die hier im Discord drin sind, auf, äh, sich verifizieren, kriegen im Scan-It-Projekt die doppelten Punkte, ja, die Punkte können dann dementsprechend in den Scan-It-Token eingelöst werden, wenn er soweit ist, also bis zum Release des Scan-It-Token sammelt ihr hier doppelt Punkte, die ihr quasi dann in den Scan-It-Token eintauschen könnt und halt eben dann in andere Kryptowährungen oder wie auch immer, ja, ansonsten, schaut es euch in Ruhe an, das ganze Projekt, scan-It.io ist die Website, schaut mal in Discord rein, wie ich schon gesagt habe, wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, ist natürlich keine Pflicht, um ein Ticket für die Deep-In-Revolution zu bekommen, ist am 23. bis 24. August, haut einfach unter dieses Video halt eben unten drunter, ich bin dabei mit euren Twitter-Namen, beziehungsweise X-Namen, hier einfach scan-It folgen und mit ein bisschen Glück hat einer von euch das Ticket, beziehungsweise gewinnt einer von euch das Ticket, das wird ausgelost von scan-It und das war's, ja, ähm, die Aktion geht, bis wir so ganz kurz in den Kalender reinschauen, bis Dienstag, also Aktion ist vom 12. bis 13. August, das heißt, am 14. beziehungsweise im Laufe der Woche wird dann halt auch dementsprechend der Gewinne ausgelost und informiert, ja, und ich drücke da auf jeden Fall jeden den Daumen. Das war's von mir, ich möchte nicht weiter drum herum schmafeln um das Thema, schaut's euch in Ruhe an, ist ein Tipp von mir, ich bin auf jeden Fall mit am Start, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, ja, was bei rumkommt, wissen wir ja noch nicht, wisst ihr immer, wie es ist in solchen Deep-In-Projekten und ansonsten ist es auch mal eine coole Geschichte, ist halt eben, ich nenn's mal so, ähm, wie heißt die, äh, Geschichte, Payback halt eben nur im, im Crypto Space. Das war's von mir, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch was, bis die Tage, bis später, ciao. Ich bin Brooklyn, und um. .